Hangman in 10 Minuten programmieren. Das ist das Motto des heutigen Videos und falls ihr es jetzt schon mal ausprobieren wollt, ich habe es auf itch.io hochgeladen. Außerdem könnt ihr die Files auf GitHub einsehen, beides unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich nutze dem Video Photoshop, ihr könnt aber genauso gut GIMP nutzen, das funktioniert genauso gut, hat genau dieselben Features. Let's go! Los geht's damit, dass wir unser Sprite-Sheet mit den 32x32er Sprites erstellen. Wir brauchen insgesamt 12 Sprites, also 384x32 groß. Ich male jetzt erstmal diesen klassischen Hangman bloß als Pixelart und zerlege ihn auf einzelne Ebenen, sodass ich ihn dann schön ausbreiten kann. Jede Stufe ein Bild und außerdem male ich jetzt noch den Strich, auf dem dann die Buchstaben dargestellt werden. Kurze Korrektur, ihr braucht doch 13 Sprites, weil ihr braucht einen Sprite, wo einfach gar nichts drauf ist. Weiter geht's jetzt in Unity, da erstellen wir einfach mal ein neues Projekt mit dem Namen Hangman in 2D Create. Das erste, was wir machen, ist, dass wir die Kamera auf ganz, ganz schwarz bei der Background-Color stellen und dann konfigurieren wir unser Sprite-Sheet richtig. Wir haben nämlich mehrere Sprites und wir sind ja bei Pixelart, also brauchen wir keinen Filter. Und auch keine Compression. Apply und dann geht's in Sprite-Editor. Hier müsst ihr jetzt um eure Sprites durchziehen so eine Border erschaffen und unten rechts könnt ihr das Ganze dann auch nochmal individueller anpassen. Weiter geht's jetzt damit, dass wir ein Canvas hinzufügen, das findet ihr unter UI und dann Canvas. Und das erste, was wir auf diesem Canvas machen, ist, dass wir hier den UI-Scale-Mode to scale with screen size umändern. Als nächstes fügen wir unter dem Canvas ein Empty hinzu, das nennen wir einfach mal Word, weil da wird dann unser Wort halt dargestellt. Hier oben schalten wir jetzt mit Alt auf Stretch in beide Richtungen um und müssen jetzt noch bei Top 200 hier eintragen, warum erkläre ich später. Außerdem müssen wir auf unser Empty eine Grid-Layout-Group hinzufügen. Hier könnt ihr jetzt so ein bisschen die Größe eurer Buchstaben eintragen. Bei mir hat sich 50x50 ganz gut bewährt. Außerdem rate ich euch hier bei Chate Alignment, das auf Middle Center zu stellen. Weiter geht's jetzt damit, dass wir ein Prefab für einen so ein Letter, also Buchstaben erstellen. Dafür fügen wir ein Image unter unserem Word hinzu und auf diesem Image bei Sprite tragen wir jetzt hier den Strich ein, der eben unter dem Buchstaben erscheinen soll. Außerdem fügen wir unter dem Image noch eine TextMesh Pro Text hinzu. Falls ihr TextMesh Pro noch nicht importiert habt, dann importiert das jetzt einfach schnell. Hier stellen wir jetzt auch wieder Stretch in beide Richtungen ein. Und bei der Schriftgröße hat sich bei mir so 45 gut bewährt. Ihr könnt es auch größer oder kleiner machen, je nachdem wie ihr wollt. Und auch den Text müssen wir erstmal löschen. Außerdem ist es wichtig, dass wir das hier auf Centered und Centered stellen. Der nächste Schritt ist jetzt hier ein neues Script hinzuzufügen und zwar Letter. Zusätzlich fügen wir auf unserem Canvas jetzt noch ein Script namens Game Manager hinzu und öffnen beide Scripts. Um in unserem Letter TextMesh Pro nutzen zu können, fügen wir oben jetzt erstmal Using TM Pro hinzu. Außerdem brauchen wir eine Referenz für unser TextMesh Pro Object, also eine TextMesh Pro UGUI. Die nennen wir einfach mal Text. Und wir müssen außerdem noch was hinzufügen, wo wir unseren Buchstaben dann speichern. Da bietet sich Char ganz gut an. Das nennen wir Letter. Und ganz zum Schluss brauchen wir noch eine Referenz zu unserem Game Manager. Den nennen wir einfach Manager. Das erste, was jetzt in diesem Script passieren soll, passiert in der Wake Methode. Und zwar wollen wir da unseren Text nochmal sicherheitshalber clearen. Deswegen machen wir einfach Text.Text gleich Anführungszeichen leer und dann wieder Anführungszeichen. Als nächstes wollen wir in der Update Methode gucken, ob jetzt unser Letter als Key gedrückt wird. Dafür können wir einfach Input.GetKeyDown. Und dann hier in Klammern müssen wir jetzt unseren Letter reinschreiben. Das ist allerdings ein Character und kein String. Deswegen müssen wir jetzt hier noch ToString machen. Und weil alle Eingaben hier Kleinbuchstaben sind, müssen wir sicherheitshalber nochmal ToLower machen. Innerhalb dieses If Statements gucken wir jetzt einfach nochmal, ob der Text noch leer ist. Und wenn er noch leer ist, dann stellen wir unseren Buchstaben dar. In Unity weisen wir ihm jetzt das TextMeshProObject hinzu, geben ihm einfach mal einen Buchstaben und dann können wir es kurz testen. Und wir sehen, sobald ich A drücke, erscheint A. Bei jedem anderen Buchstaben passiert nichts. Weiter geht's in unserem Game Manager und da brauchen wir auch ganz schön viele Namespaces. Und zwar UnityEngine.SceneManagement, TMPro und UnityEngine.UI. Variablen brauchen wir auch einige. Wir brauchen erstmal ein Array für die ganzen Wörter, die er darstellen kann. Wir brauchen eine Transform für unser Prefab für die Buchstaben später. Und wir brauchen außerdem noch eine Transform, unter der die ganzen Buchstaben dann eingefügt werden sollen. Als erstes fügen wir jetzt eine neue Methode hinzu. Und zwar eine PublicVoidStartGame, die dann das Spiel startet. Das erste, was wir innerhalb dieser Methode machen, ist, dass wir uns ein CharArrayWord erstellen. Und das ist einfach ein zufälliges Wort, zerlegt in seine Buchstaben. Dann gehen wir jeden Buchstaben des Wortes der Reihe nach durch und checken, ob das überhaupt ein Buchstabe oder eine Ziffer ist. Ist das der Fall, fügen wir unser Prefab ein, setzen den Buchstaben gleich den entsprechenden Buchstaben in unserem Wort, und setzen auch den Manager in unserem LetterScript gleich diesen Manager. In unserem Script gehen wir jetzt in die Startmethode und fügen einfach dort mal StartGame hinzu. Wir können es jetzt in Unity direkt mal ausprobieren, indem wir hier aus unserem Letter ein Prefab machen, welches wir bei unserem GameManager hier oben in unser LetterTemplate reinmachen. Und dann brauchen wir noch unser Word, das ist nämlich der Parent, der kommt hier unten rein. Jetzt können wir es direkt mal ausprobieren. Ich habe hier einfach High als Wort eingegeben. Und ihr seht schon, ich bekomme zwei Striche und kann jetzt hier High eingeben. Jetzt fehlt natürlich noch einiges und dafür fügen wir jetzt erstmal hier oben noch ein Empty hinzu. Das nennen wir einfach mal Hangman. Und unter diesem Empty fügen wir einmal ein Image hinzu für eben unseren Hangman. Und außerdem fügen wir noch ein TextMesh Pro hinzu, um die Sachen anzuzeigen, die man schon ausprobiert hat. Unser Empty konfigurieren wir wieder ganz ähnlich wie das letzte Empty, unser Word, nur dass wir jetzt hier statt Top 200, Bottom 200 eingeben. Bei dem Hangman Objekt muss jetzt wieder jeder selbst seine eigenen Werte am besten finden. Bei mir passt 200 mal 200 bei der Größe ganz gut und minus 200 bei der Position. Damit außerdem dieses weiße Quadrat hier verschwindet, müsst ihr hier runter gehen und dann eben eure leere Sprite auswählen. Bei dem Text Objekt nutze ich auch wieder den Stretch Mode in beide Richtungen. Setze hier bei Left 350 ein und bei Top und bei Right, einfach um ein bisschen Abstand vom Rand zu haben, auch nochmal 25. Als Schriftgröße hat sich bei mir 50 als ziemlich passend herausgestellt, muss aber auch wieder jeder selbst entscheiden. Zum Schluss müssen wir hier noch den Text einmal rauslöschen. Jetzt müssen wir das Ganze noch in unserem Game Manager einbauen und dafür brauchen wir massiv neue Variablen. Eine Int Left, um die übrigen Buchstaben zu zählen, Bull Success, um eben zu gucken, ob ein Buchstab vorhanden ist. Dann List Char und TextMesh Pro sind in dem Fall dafür da, dass wir gucken, welche Buchstaben wir schon ausprobiert haben. Das Image, die Sprite und auch die Int hier unten sind wiederum dafür da, dass wir den Hangman richtig darstellen. Dann fügen wir jetzt hier die Update-Methode hinzu, wo wir das Ganze dann reinschreiben. Als erstes fügen wir hier eine If-Bedingung hinzu, ob Return, also Enter gedrückt wird. Und dann gucken wir darin erstmal, ob überhaupt noch Buchstaben übrig sind. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann wird eben eine neue Szene und damit ein neues Wort geladen, sodass man weiterspielen kann. Wird Return nicht gedrückt, gucken wir, ob irgendein anderer Key gedrückt wird. Wenn das der Fall ist, dann holen wir uns hier über Char Input eben genau diesen Buchstaben, der gedrückt wird und checken dann als allererstes mal, ob es überhaupt ein Buchstabe oder eine Zahl ist. Ist das der Fall, gucken wir, ob Trite, also die Buchstaben, die wir schon probiert haben, diesen Buchstaben enthält. Wenn das nicht der Fall ist, fügen wir ihn direkt mal hinzu. Unsere Buchstaben werden Success gleich True setzen, wenn Sie den Buchstaben praktisch brauchen können. Wenn das nicht der Fall ist, das gucken wir hier, dann fügen wir den Buchstaben bei unserem Trite Text hinzu, zeigen also an, dass wir es versucht haben und setzen Success auf alle Fälle danach, egal was passiert ist, gleich wieder False. Außerdem müssen wir uns hier, wenn Success gleich falsch ist, auch noch um unseren Hangman kümmern. Dafür addieren wir zu unserer Integer, die eben im Array dann durchläuft, eins hinzu und gucken dann eben, ob das jetzt größer als 11 ist, weil es darf ja nicht mehr sein, als wir überhaupt an Sprites haben. Wenn das der Fall ist, setzen wir es gleich 11, außerdem können wir dann sagen, dass wir verloren haben und danach stellen wir halt noch aus unserem Sprite Array in unserem Image die Sprite dar, die halt hier durch diese Int angegeben wird. In unserem Game Manager müssen wir jetzt noch Left gleich Word.Length, also die Anzahl an Buchstaben in unserem Wort setzen. Wie eben schon erwähnt, müssen wir bei unserem Letterscript noch was verändern und zwar, wenn ein Buchstabe jetzt eben erfolgreich gefunden wurde, müssen wir bei Manager.Left eins abziehen und außerdem müssen wir Manager.Success gleich True setzen. Um jetzt dafür zu sorgen, dass es ganz sicher auch reibungslos funktioniert, müssen wir jetzt hier noch unter der Script Execution Order in unserem Project Settings was verändern. Und zwar müssen wir unseren Game Manager hier rein dragen und ihr seht schon, hier ist Default Time, das heißt, da werden unsere Buchstaben ausgeführt und dann kurz danach wird unser Game Manager ausgeführt. Das heißt, die Buchstaben haben Success, wenn sie es brauchen, schon immer gleich True gesetzt, wenn der Game Manager dann erst ausgeführt wird. Zusätzlich können wir jetzt hier bei Trite Text einmal unser TextMeshProObject hier reinziehen und bei HangmanImage das Image hier. Und das HangmanSpriteArem ist jetzt alle 12 HangmanSprites, also beginnt mit der ganz leeren und dann hat der Hügel bis ganz zum Schluss der ganz voll ist bei 11, einfügen. Wenn wir es ausprobieren, seht ihr jetzt schon, ich habe hier wieder meine zwei Striche und wenn ich jetzt zum Beispiel U eingebe, bekomme ich hier den Hügel und ich kann hier mal ganz wild Sachen eingeben. Mein Hangman kommt schon zu langsam und wenn ich jetzt aber H und I eingebe, also mein Hi und auf Enter drücke, wird ein neues Wort geladen. Wenn man dann verloren hat, weil man zu lange gebraucht hat, fände ich es ganz cool, wenn die restlichen Buchstaben so ausgegraut erscheinen würden. Dafür fügen wir eine neue Methode hin und zwar Public Void Show Letter. Innerhalb dieser Methode gucken wir jetzt erstmal wieder, ob der Text denn noch leer ist und wenn er noch leer ist, dann fügen wir jetzt hier eben unseren Buchstaben ein, setzen aber den Alpha-Wert auf 0,5, sodass es ausgegraut aussieht. Diese Methode müssen wir in den Letters jetzt noch aufrufen, dafür fügen wir eine Methode Lost beim Game Manager hinzu. Innerhalb der Methode loopen wir jetzt eben durch alle Kinder von dem Word Parent, also alle Buchstaben und führen dort die Methode Show Letter aus. Außerdem, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir zum Schluss Left noch gleich 0 setzen, sodass man dann zum nächsten Wort weiterspringen kann. Auch nicht vergessen sollte man hier unser Verloren, unseren Kommentar durch Lost, also den Aufruf der Methode zu ersetzen. Zum Schluss müsst ihr jetzt noch ein paar Wörter hinzufügen und ihr habt es geschafft, ihr habt erfolgreich Hangman programmiert, sodass man jetzt auch eben, wenn wir jetzt hier einfach mal ganz viele verrückte Buchstaben drücken, verlieren kann, hallo, ich will verlieren, seht ihr, jetzt wird auch der Rest einfach so ausgegraut da drin. Wenn wir Enter drücken, kommen wir zum nächsten Wort. Noch ein kleiner Edit, manchmal bekommt man diese Fehlermeldung, das passiert, wenn ihr zum Beispiel mit der Maustaste klickt. Um diesen zu lösen, einfach den Teil, den ihr hier eh schon hattet, in ein If-Statement stecken und gucken, ob das Array überhaupt irgendwelche Elemente hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, welches Wort hier rauskommt, falls ihr es wisst. Und wenn ihr jetzt Lust habt, Pong zu programmieren in 10 Minuten, da habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Das ist gleich in der Endcut verlinkt. Bis bald. Bye. Ciao.